This could be us, so back to what I was saying This could be us Guten Abend, Zeit für Tag 2 vom Tournament Gestern bin ich da mit 5 zu 0 durchgelaufen Und ich hoffe natürlich, dass ich heute auch 5 zu 0 mache Desto länger stehe ich natürlich auch im Turnier Und wir haben direkt Rot-Grün-Kombo unter Bozil Spiele ich auch aus Oh, da ist aber viel Rot Okay, das mache ich jetzt so Und jetzt habe ich auch meine beiden Reds ready Leider immer noch kein Grün zusammen Das ist ein bisschen scheiße Also, ich werde mir cool in kein Selbstmord begehen Wenn ich jetzt auslöse Und das sieht mir nicht so aus Na gut, wir warten erstmal noch einen Augenblick Vielleicht kommt jetzt Grün hoch Eep Million Dorts Weggehauen Jetzt machen wir das aber So In dem Wächterfall will ich jetzt eigentlich nicht spielen Allgemein die linke Seite eher nicht Aber rechts habe ich ja gar nichts Mal mal kurz gucken, ob ich irgendwas übersehe Aber Das sieht schlecht aus Ich könnte Ah, ne Wir machen das so Vielleicht wird das Boot jetzt geschaffelt Nein, tut es nicht Oh boy Das ist echt schlecht Ja, wenn ich jetzt in den Wächterfalken rein spiele Mit der Kombo, na Dann ist Almu auch tot Seht ihr das? Das ist nämlich das Problem an der ganzen Geschichte jetzt Aber da Almu jetzt sowieso stirbt Vielleicht der Wächterfalk hat nämlich einen Auto-Attack Nee Den lassen wir nochmal am Leben jetzt Oh boy Hauptsache Kisiel löst nicht aus Das ist alles so verdammt close Alter Eieiei Eieiei Und das war unser Startmatch Zweites Match Und das sieht gar nicht so verkehrt aus Also ich werde erstmal beginnen mit Grün Okay Links Rot In der Mitte Rot Oh, wieder links Rot So, das hat schon mal was gebracht Jetzt kann ich Jetzt kann ich eigentlich die beiden linken Healer ausknocken So Das ist Geschichte Ach herrlich Das war ein Relativ schnelles Match Würde ich mal brauchen Jetzt muss ich nur nochmal so zusammenbekommen hier Oder Grün Hoppala So Sehr schön Zweites Match gewonnen Ging zügig So Nummer 3 Oh Na das kann ja schon mal Das sieht ja schon mal anders aus Müssen wir mal gucken Ob wir Hier vielleicht sogar so einen Diamanten Tatsächlich Bekommen können Jipp Sehr gut Okay, Riga löst aus Ich werde den Diamanten direkt benutzen Mit Blau sieht es sehr mau aus Ach Das gibt es doch gar nicht Älter wieder Naja gut So Die Seite kümmern wir uns direkt Tja, dafür dass es nicht so toll aussah Aber so schnell kann es gehen Ähm Ja Blau singen wir dieses Mal auch noch zusammen Alles klar Jetzt ist es nur noch Wilbur Ähm Ja Ja Okay Nee Rot will nicht Okay Dann wird es blau Alles klar Hätte ich hier Vielleicht anders machen können Ich hätte erst Sonja machen können Benutzen können Damit Death down Äh Death up runter ist Aber Mir war schon klar Dass ich nicht Mit den beiden Wilbur kille Selbst das hat er überlebt Mit vollen Stacks Nice Läuft So Ich habe entschieden Dass ich mit dem Team Weiterspiele Es läuft nämlich recht gut Ähm Okay Gucken wir mal Ob wir gelb Gelb hochbekommen Damit ich in blauen Diamanten Spielen kann Nein Hat nicht geklappt Schade Aber Jetzt kommt gelb hoch Ja Okay So Das müssen wir natürlich Ach ja Oh boy Oh boy Oh boy Und er hat es wieder Über Ey das gibt es doch nicht 105 alter 105 Leute Das kann ja wohl nicht angehen Hier Harte Kombo Alter Schwede Junge 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 Ich Ja gut Ihr seht Ich musste Also heute musste ich ja Nun wirklich nicht Abgesehen von dem ersten Match Das war Das war schon sehr knapp Dafür dass ich am Anfang Gute Steine hatte Ne Das wollen wir mal festhalten Okay Jo Dann machen wir so Ach Ich habe jetzt missplayed Man Ey Ich habe schon wieder nicht daran gedacht Dass ich Sonja dabei habe Kass Das Dann So So Normalerweise passiert mir sowas nicht Aber Junge Ich bin nicht bei der Sache Okay Nice Ein Game habe ich dann noch Ich spiele gegen Jekyll and Hyde Nice Was für eine Ehre Okay Ich habe schon mal Zwei Blaue Matches In front Of Wir sind Okay Ähm So Dann Also Blau Rote Kombo Das wird nicht genug sein Alter Schwede Ja Jetzt haben wir noch mal Blau Oh Der Junge hält was aus So Ich will jetzt natürlich nicht Im Virant rein spielen Also werde ich mich um Scarlet kümmern Denn seine Sonja ist sehr tanky Sehr 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 tanky Wenn ich jetzt in Almu rein spiele Wird er auslösen Und ich besäuchte nur ein Blaues Match Das werden wir erstmal ausprobieren Ob ich hier blau hoch bekomme Ja Ja Habe ich hochbekommen Okay So Das machen wir jetzt so Wer Hat er wirklich überlebt Alter Ne Nicht dein Ernst Ja okay Jetzt kann ich in Almu rein Spielen Oh Ich werde vom Wren zerhackstöckelt Mann Ja Ja Hier Fehlanzeige Und Scarlet wird gleich auch auslösen Nicht cool Gar nicht cool Oh boy Okay Scarlet macht Autotech Die ist down Und Äh Äh Das War's Den Tag Hat er nicht überstanden Jedenfalls nicht gegen mich Sehr schön Wieder 5 zu 0 Und Ja Gucken wir mal Was der Tag Morgen bringt Vergesst nicht zu liken Und zu Subscriben Und Danke fürs Zuschauen Bis morgen Bis morgen war's D